Jo Leute, herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video von YOLO 200 und hier haben wir einen Gast dabei, Commander 38 und wir spielen mal mit meinem Freund, ich warte ganz so, löscht mal alles was im Hintergrund ist und dann gehen wir mal wieder rein. Ja, ich hab nur Minecraft im Hintergrund. Mach du auch. Ah, am 38 stand da. YOLO 200 hat das Spiel betreten. Äh, Buddy, ich sag nur eins, pass auf, ähm, im Wasser, äh, wo wir angeln wollten, ist ein Skelett. Ahmad, hier, äh, 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 gerade eben. Wo? Hier, da lange. Ja, wir. Und da, in dem Wasser, hier hinten, hier, hier. Von unserem Haus ist hier ein Wasser. Wo? Hier. Komm zu mir. Guck da. Und da ist noch ein Skelett. Hier? Nein, komm doch hier. Zu mir. Wie sehe ich gerade aus? Als würdest du dir in die Hose steißen. Warte, mach du mal, ich möchte mal sehen. Ich kacke gerade aus. Das war, das war aber erfrischend. Da. Ab, tag team, tag team, tag team, tag team. Geben! 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 Das ist, was du tun. Übertreib nicht. Übertreib nicht. Du übertreiber, bist du ein Mensch der Welt. Ich bewerf dich jetzt mit einem Ei. Hör auf. Okay. Hör auf. Ich bewerf dich sonst mit einem Ei. Okay, mach. Halloween. Update. Juno 200 mit Ei abwerfen. Update. Boah, hier ist ein großer Baum gewachsen, den ich aufgestellt hatte. Schlaf mich nicht. Bitte. Ja. Was machst du gerade? Ich sehe nicht, weil ich gerade einen Baum pflücke. Hä, wo bist du? Hä, wo bist du? Ach, hier! Ey! Ich hab nichts von deinen Sachen genommen. Ey, du. Ich hab nichts von deinen Sachen genommen. Es war bloß ein Spiel. Komm raus, ey. Das sollte nur ein Witz sein. Versteh meinen Witz. Von Hans-Fritz, der in der Baden-Wannsee. Ey, ich geh jetzt aber baden. Ich besorg mir den TNT und spreng dich in die Luft. Viel Spaß. Scheiße! Ich kacke gerade, bitte stört mich nicht. Hey, ich mach dir das hier als Toilette. Warte, ich mach dir dann hier sowas ähnliches. Äh, wo ist das? Hier. Willst du die Toilette sehen? Also die ist schon gut. Nein, nicht da. Oh, äh. Sorry, aber die Toilette ist weg. Ich hab ausgesichtlich rein, als das Wasser ist dann die Holzfallschule. Geh mal zu uns am Hausfall. Ey, Baden, ey. Äh, YOLO. YOLO. Okay, ich mach die Toilette. Warte, ganz kurz. Du schlau, ich hab die Tür wieder ausgemacht. Komm doch. Daaa. Komm. Achter die Tür auf. Ein Geist spaziert, äh, drumherum vom Auffüllenhaus. Amo, wo bist du? Äh, wo du und ich bist. Bist du aus dem Horsthaus? Nein. Ja. Ja. Komm nicht rein. Geh weg. Ich hab für dich die Überraschung. Geh weg. Geh einfach weg. Geh in den Wald. Ey, du kleiner Pisser. Ey, ey. Weh, du schlägst mich noch einmal. Ich hab noch ein altes Leben. Was für eine Überraschung. Ey, Mann, ich hatte voll cooles auf dich. Ja, okay. Komm mal, komm mal raus. Ich geh in den Wald. Ich geh in den Wald. Aber, warte, wird's dunkel? Ja, es wird dunkel. Mach's morgen, komm. Nein, es wird nicht dunkel. Doch, doch. Ich bin ganz, okay, mach jetzt schnell. Ja, okay. Äh, warte. Komm jetzt gleich in dein Haus, wenn ich jetzt sage. Äh, warte. Äh, warte. Ey, ey, du bist gekommen. Nein, ich schwöre sogar nicht. Okay, jetzt kannst du kommen. Ich hab etwas im Haus auf dich vorbereitet. Wer weiß, vielleicht ist das ja TNT. Ich hab etwas im Haus auf dich vorbereitet. ich hab nie gesagt schlag mich nicht das sollte bloß ein spaß sein kleiner pisser sollte nur ein spaß sein gibt es eine sache tun die truhe los ab ja weiter ja weiter weiter hey danke ja ja weiter das war's nicht mehr aber auch noch die stiefel und was mit meinem schwert ich hab noch die stiefel und erstellt warte meine stiefel bitte habe ich mir noch neu gekauft deswegen ist das liebstahl ich könnte die anzeigen bei der am 38 38 polizei ich mache jetzt was du hast mich schwer die polizei das ist die verlasse komm mal kurz weil kommen bei kendra survival rein oder nein ich mache jetzt was geiles hast du so eine richtig geile welt ja warte ich möchte noch überleben ich komme ja warte noch nicht reinkommen noch nicht reinkommen wir müssen ich muss jetzt mal wieder dahin warte ich muss du musst entschuldigung du musst wieder raus kurz bitte wie komme ich jetzt wieder runter warte 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 oh harte jo leute das war's schon mit dem video bis zum nächsten mal und hoffe das video hat euch gefallen bis zum nächsten mal wieder mit jolo zueinander tschüss warte warte warte